Ja, moin, ich bin's wieder, der Promi-Produzent. Es geht um den Hund Flecky, also nicht hier um meinen Lacken, sondern um den Hund Flecky. Und der war zwei Wochen lang an der Autobahn in Süddeutschland verschwunden und Frauchen und Herrchen haben dort gewartet. Ich weiß nicht, wie lange. Irgendwann kam er wieder und ja, jetzt ist er wieder da. Flecky ist wieder da. War natürlich auch zwischenzeitlich im Südwestdeutschen Rundfunk, in der Bild-Zeitung stand es heute nochmal. Ja, ist ja krass, ne, dass der Hund jetzt wieder aufgetaucht ist. Der ist einfach abgehauen, vielleicht hat er auch ein paar Kinder gemacht, ein paar Welten, vielleicht hat er eine Hündin gedeckt. Der wollte einfach mal Urlaub machen, der hatte keinen Bock mehr. In diesem Sinne, euer Promi-Produzent.